Leiden Sie an einer Kniegelenksarthrose, einer sogenannten Gonarthrose? Haben Sie vielleicht chronische Schmerzen aufgrund eines vergangenen Meniskusrisses oder eines Kreuzbandrisses? Als Arzt weiß ich, dass gerade dann eine ganzheitliche Therapie die beste Möglichkeit ist, diese chronischen Knieschmerzen zu reduzieren. Deswegen haben wir als Bomedus die Schmerzstoppkur entwickelt. Gemeinsam mit dem Bomedus Knieband ermöglicht Ihnen diese Schmerzstoppkur, Ihre Schmerzen nachhaltig in kurzer Zeit zu reduzieren und zwar von zu Hause. Das Bomedus Knieband ist einfach zu bedienen und die darin integrierte Small Fiber Matrix Stimulation stimuliert ganz gezielt die Schmerzfasern und zwar so, dass sich Ihre chronischen Schmerzen wieder reduzieren. Mein Team und ich stehen Ihnen ab dem ersten Tag mit persönlichen Gesprächen zur Verfügung. Sagen Sie Nein zu Ihren Knieschmerzen und wieder Ja zu einem Leben mit mehr Freude und Beweglichkeit. Sagen Sie Nein zu Ihren Knieschmerzen und Beweglichkeit. Sagen Sie Nein zu Ihren Knieschmerzen und Beweglichkeit. Vielen Dank.